Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video und heute zum Guide für die Seelensplitter. Wie bekommt ihr sie besonders schnell, nachdem sie Star Stable ja nun doch wieder eingefügt hat ins Spiel? Die Seelensplitter kommen immer zur vollen Stunde. Ihr seht sie nicht auf der Karte, aber man kann sie durch diesen Wirbel hier gar nicht wirklich verfehlen. Und wie bekommt ihr sie besonders schnell? Wie holt ihr euch davon jede Menge Seelensplitter? Das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst einfach nur zu diesem Geist hier hingehen. Dann müsst ihr einmal alle Seelensplitter einsammeln. Und ganz wichtig im Übrigen, der Wirbelsturm ist sichtbar nur bis zur halben Stunde nach unten. Also ihr habt in der ersten halben Stunde nur die Möglichkeit, euren Wirbelsturm zu sehen. Danach würdet ihr ihn nicht mehr sehen können, also müsst ihr das immer in der ersten halben Stunde jeder Stunde sozusagen machen. Ansonsten funktioniert das so hier nicht. Dann sammelt ihr einmal alle Seelensplitter ein. Merkt euch aber ungefähr, wo der Geist gewesen ist am Anfang. Denn ansonsten habt ihr danach nämlich echt Probleme. Ihr müsst jetzt die letzten drei hier in diesem Bereich noch finden. Gestaltet sich in manchen Bereichen ein wenig schwieriger, da nämlich die Seelensplitter oftmals ganz gerne mal in irgendwelchen Bäumen oder in irgendwelchen Gruben hier in der Nähe verschwinden. Gestaltet sich das Ganze manchmal ein wenig schwieriger. Müsst ihr dann so ein bisschen mal nach außen oder ein bisschen dagegen drum reiten. Manchmal müsste die auch einfach mal ein bisschen stehen bleiben. Manchmal sind die so ein bisschen in den Boden reingerutscht, wie auch immer. Oder dann einfach mal so ein kleines bisschen nach außen oder halt in den Bäumen gucken. Die Seelsplitter sind da doch mal manchmal ein bisschen kritisch von der Sache her. Aber sollte man im Normalfall in jedem Bereich ganz gut finden. Hier seht ihr jetzt gerade, dass hier noch so ein paar am Rand jetzt waren. Dann müsst ihr aber noch manchmal so ein bisschen hier gegen die Wände hüpfen. Gerade bei dem Bereich hier ist das manchmal so ein wenig schwierig. Da könnt ihr einfach noch einmal, wenn ihr ein bisschen Probleme habt, einmal hier so ein bisschen außen rum reiten. Und wenn ihr es gar nicht findet, einfach nochmal re-loggen. Manchmal findet man es dadurch dann ein wenig besser. Wenn ihr die ganzen Splitter gesammelt habt, dann geht ihr einfach einmal aus dem ganzen Areal nach draußen. Da ist es auch wichtig, dass es jetzt egal ist, ob ihr 20 nach seid oder 30 nach oder eben kurz vor der nächsten vollen Stunde. Weil es die ganze Stunde verfügbar ist. Macht dann eine kleine Runde, dass ihr so aus diesem Areal raus seid. Lauft dann wieder rein. Und dann heißt es für euch, sucht den Geist, der unsichtbar eben jetzt ist. Weil wenn ihr zurück in den Chunk reingeht, wird der Geist unsichtbar an der Stelle stehen, wo er davor auch gestanden ist. Hier seht ihr ihn. Ihr sucht einfach dieses Ausrufezeichen. Begebt euch hin. Und dann könnt ihr nämlich diese Quest erneut machen. Und das geht eben nicht nur die erste halbe Stunde, wie es eben mit dem normalen funktioniert. Sondern es geht nämlich die gesamte Stunde, könnt ihr das Ganze dann immer wieder wiederholen. Und bekommt jedes Mal eure drei Seelensplitter erneut dann gutgeschrieben. Also ihr könnt die ganzen Sachen wieder einsammeln. Wieder aus dem Chunk raus. Und eben wieder rein. Und das könnt ihr dann so lange machen. Bis zur neunen Stunde dann der Wirbelsturm dann seine Location ändert. Also ihr könnt das Ganze jetzt quasi bei mir bis zur vollen Stunde machen. Dann wird dann der Wirbelsturm in eine neue Location gehen. Und dann könnt ihr das da dann eben genauso weitermachen. Und jede Menge Seelensplitter sammeln. Und wenn ihr das Ganze in einem guten Platz habt, wo ihr diese Seelensplitter sehr, sehr leicht finden könnt, dann macht ihr da so in der Stunde über 100 Seelensplitter. Ich hatte bei dem einen mal so, mein Peak war so bei 130. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Maximum war, was ihr teilweise an Seelensplittern dadurch gesammelt habt. Bin ich sehr gespannt, was ihr da so alles habt. Ist manchmal in manchen Gebieten eben ein bisschen schwieriger möglich. Aber gerade in Gebieten wie zum Beispiel auf dem Bereich dann hier, wo ihr solche größeren freien Flächen habt, da ist das dann im Normalfall eigentlich sehr leicht zu schaffen. Ich sage danke fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Sammeln der Seelensplitter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.